cool so eben ein hotelzimmer mache ich hier noch ein paar mehr hier passt das gar nicht ein hier das da komplett ein zimmer dann wird es halt größer und machen zwei betten rein hier muss ich auf jeden fall noch könnte ich noch eine weitere etage machen ich die treppe bauen oder muss ich das erforschen ich musste erst erforschen ja dann muss gucken wie ich hier mit den zimmern zurechtkomme ist das passt nicht groß weil ich hier fuhren hier so rein und dann hier ins zimmer rein wenn ich mich hier großzimmer machen würde und dann hier noch weil er müsste hier und hier hingehen ich speichere auf jeden fall nächsten tag beginn ich bin gespannt ob da einer jetzt übernachten bleibt am nächsten mal hat er hätte ich betriebsausbruch hallo so hier haben wir die nüsse schön wir hätten noch mal nüsse aber das muss natürlich gehen das klappt schon ne so ich guck gerade mal alle wurden bedient ist schön 25 käse 36 käse und ist die eigentlich hier bei dem event erbsen als den erbsen ein pizzi ersten erbsen haben wir gerade nicht und werden erdbeeren und käse um erdbeeren und käse 25 käse können wir noch holen holen hier mal käse sind die offiziere die um platz genommen haben die gefässe sind er war auf eine etage einzelne natürlich nicht was haben wir denn hier kaufe eine beliebe zutat aus so das können wir auch noch machen die innere mir so näher nicht alles voll ich war hier nimmt er doch was raus hier und das haben wir es ist mit der jeweiligen jahr ja als 5300 aus zwei hotels machen so mittag war hier mitarbeiter das war's haben wir ein pünktchen ein pünktchen dann wollen wir jetzt noch ein hotelzimmer wir sehen uns jetzt noch ein pünktchen Tür, Tür. Machen wir hier so ein Luxussuite? Machen wir mal das Zimmer noch. So, die Wandtextzone. Muss ich hier noch ändern. Machen wir die Luxussuite halt so mal. Auch wenn meine Küche so aussieht. Oh, nee, das ist neulich. Bei den Flur können wir ja anders machen. Vielleicht mache ich den Flur. So. Die Flur war aber düster. Wo war denn hier der Flur? Der war genauso, ne? Der sieht so draußen, ne? Ja, mit den Wänden will ich die so gut riechen. Ich mache da nur Holz. Okay. Die Bodentextur kommt im Luxuszimmer. Machen wir das da. Ansonsten holst du es. Das sieht halt so ganz... Ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob mir das gefehlt. Ich mache aber erstmal das kleine Zimmer. So, auf jeden Fall erstmal ein Bett, ne? Ein normales Bett. Ne, wir machen so ein Seidenbett. So. Achso, ein Fenster brauchen die noch, ne? Ein Fensthörer. Müssen. Hier. Jetzt machen wir gleich auch ein Fenster dran. Zwei Fenster. Dann brauchen wir hier noch einen Kleiderschrank. Würde das Bett hier aussehen. Ist ja gar keiner zur Nacht. Ist ja gar keiner zur Nacht. Warum nicht? So, sonstiges haben wir noch nicht. Dekoration. Nach Licht brauchen die erstmal alles möglich. Und die Deko. Ich glaube, dem König auch einen Kamin. Meine Zimmer hat... Wenn man hier meine Zimmer hat, gibt es einen Kamin. Die sind ja der Luxus-Taverne. Oh. Da gucken wir gar nicht mehr zur Tür rein. Eee. Das mal so. 2 Sterne bräuchte ich noch. 2 Dekorationen und Nachtisch. Nachtisch. Ich glaube, das ist sonstiges, ne? Ja. Habe ich noch nicht. Aber für ein paar Dekosan habe ich noch Geld. Und mal mal den Vorhänge-Wend holen, ne? Vorhänge, was nehmen wir da an? Die sind immer so hässlich, finde ich. Ja, weiß. Oh, wer weiß. Das ist ja, der kann sich ja nicht geben, ne? Schrecklich die Frau, rot will noch gehen. Ne, wir machen weiß. Die Luxus-Twee-Kunde-Roten. So, ich habe 2 Zimmer. Gib mir, als müssen wir auch gemacht. So, wir haben eine Liede-Kunde. So, ich muss den jetzt schon einstellen? Das ist die Frage, ne? Weil ich würde ja schon noch gerne eine zweite Küche bauen, aber die kann ich jetzt hier gar nicht mehr. Die zweite Etage auf jeden Fall nicht bauen. Das ist voll mit Zimmern. Ich bräuchte die dritte Etage dann für die Küche noch. Ach, der ist schon da, der Liede-Koch. Guck mal. Er hat sich einfach eingestellt hier. Sehr gut. Wie heißt er denn? Wie heißt er? Henry. Das ist aber 2 Henrys. Cool. Okay. Gut, dann speichern. Ja dann, aber es wurde jetzt... Es ist jetzt kein Gas geblieben, ne? Das ist zumindest nicht gesehen. Hm. So, zeig mal die Forschung. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall noch mal dieses Ritter-Event, ne? Was ist hier jetzt? Ach so. Veränder in die beliebige Forschung? Ja, bin ich dabei. Bediene mehr als... Bediene 464 Kunden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bediene 100. Seltene Kunden, indem du Veranstaltungen organisierst. Erst mal gucken, ob wir nochmal das machen können. Ah, das können wir. Ah, wir müssen keine Woche warten, das ist schon. Okay. Dann kommen die jetzt nochmal. Dann haben wir nämlich die Forschung da fertig. Und... Und... Die haben gesagt, orange, ne? Orange für Veranstaltungen. 100. Machen wir das. Bei dem Ritter-Event waren das Erbsen und bei den anderen Erdbeeren. Erdbeeren war noch gut. Erbsen eigentlich auch. Aber da kann man ja nochmal holen. Erbsen. Und die Erdbeeren. 50. Okay. Käse bräuchte mir auch mal wieder. Käse kriegen wir noch hin. So. Menü. Irgendwas ist gelevelt worden. Gemüse. Jetzt habe ich schon wieder die Suppe. Weißt du, der vergesst das Menü umzustellen, ne? Muss ich jetzt mit dran merken. Ah, oh hier. Kann ich jetzt umstellen. 103 und 127 Gründen hatten wir. Ja. Schön, schön, schön. Okay, wir stellen das Menü um. Hier kann ich auch nochmal leveln. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen. Auf jeden Fall wieder die Obstschale rein. Da haben wir drei. Der Käse ist. Den Käse sollten wir auf jeden Fall reinnehmen. Machen wir das mal raus. Smarten-Suppe und die grünen Erbsen. Kommt. Mich erstmal raus, weil das Event kommt. Ja, dann haben die da weh. Wir haben so viel Erbsen. Nein. Passt schon. So, wir haben jetzt den Käse und zwei Suppen. Dann nehmen wir die Obstschale rein. Und den Käse schnort. Und noch ein Fleischgericht. Den Hauptmann. Dann würde ich den Fisch nehmen. Den Braten, den Fisch. Perfekt. Hatte ich da jetzt Kunden? Hatte ich da jetzt Gäste? Irgendwann geht da, ne? Scheiße, da habe ich es nicht geguckt. Aha, Nüsse haben wir. Käse ist gekommen. Wie viel haben wir von den Nüsten jetzt eigentlich mittlerweile? 27. Das können wir nochmal holen. Das haben wir 70. Da brauchen wir nur 50. Die schickliert sich eigentlich gar nicht mehr rein, ne? Ist eigentlich gut voll. Hier oben vielleicht noch. Hier irgendwo. Vielleicht hier an... Hier würde ich noch mal ein Tiefchen machen. So. Können die da runtersprungen? Dann geht es mal ein Tiefchen. Wie war der Mal das noch? Von daher. Hier kann ich eigentlich auch nochmal einen Tisch machen, ne? Muss ich mal das Ego-Stück hier wegmachen. So. Und ich habe jetzt kein Licht, ne? Ähm, ja. Ah, das ist ein Problem. Ich habe nicht genügend Geld. Komm ich da später. Ah, unmeet. Danke, jetzt habe ich Geld. So Licht. Einmal in die Kerze da hinten hin. Dann haben die hier schon mal Licht. Und hier geht eigentlich nur so ein Kerzenständer. Ich darf die Bedienung aber nicht umrennen. Ich würde hier gerade, ne? Ich könnte ja eigentlich immer Teppich hier in die Kerze mal packen. Okay, und es unglücklich könnte man König. Okay, Mann, was machst du? Was ist mit dir? Ich gebe Geld. Geld macht glücklich. Ist bewiesen. So, wer ist denn noch unglücklich? Die Medlin. Oh, ich habe es auch. Okay. So. Schön, schön. Hatten wir immer, da haben wir verärgerte Kunden. Nein. Toll. Äh, wer ist der? Müssen leise sein, ich lieb. Ich habe denen gar keine, ich habe denen gar keine Zudecken gegeben. Ja, je. Ist aber im Schrank drin, können sich rausholen. Wir wollen nur keinen haben. So. Okay. Wie sieht es mit der Forschung aus? Die Wind ist jetzt. Alles klar, machen wir es die Wind. Wann haben wir das? Ja, ja. Kommt rein, kommt rein. Kommt rein. Wir sind, das ist ja ein Berufs-Gerriebsausflug heute, ne? Die haben ein bisschen länger geschlafen, die haben jetzt kommen die erst mal. Die schlafen heute mal aus. Ne. Alle, die gehen woanders hin. Ne, die gehen woanders hin. So wie es mit dem Geld, da müssen wir mal wieder nachfüllen hier. Dann gucken wir mal hier. Die sind eh die Sonne. Wir nehmen alles. Erbsen haben hier. Danke. Die Erdbeeren. Es ist nicht genug Platz. Den Rest weg. Nö. Käse. Dann muss ich halt so lange da mit drin bleiben. Dann muss ich im Menü Edbeer-Pudding machen. Hier. Kommt der Edbeer-Kuchen raus. So, dann können Sie ja ein bisschen ein paar Edbeer-Kuchen. Dann muss ich aber irgendwas hier rausnehmen. Dann machen wir die Kirschturte raus. Okay. So. Machen wir nochmal Erbsen. 80 Stück. Okay. Okay. Müsse. Ziehen wir da noch voll? No, nochmal. Okay. Okay. Was ist das Menü? Könnte ich was aufwenden? Ah ja, ja. Cool. Nice. Pause. Meister Ritter kommt. Bleiben wir jetzt über Nacht. Meister, komm. Können wir uns mal ein Hotel. Ziehen wir schon. Sehr ärgerte Gründe hatten wir nicht. Nee, die bleiben nicht über Nacht. Schade. Ich könnte hier oben eigentlich noch Deko machen, ne? Mal Wappen und so. Und Banner. Na gut. Na gut. Mitarbeiter wollen was. Wir können einen leveln. Welchen denn? Die sehe ich jetzt nicht. War da nicht jemand? Vielleicht war die Forschung. Ja. Wir haben endlich die weitere Küche reingeschaltet. Nämlich das war mal lange, ne? Ich würde gerne auf die kleinen Hotelmöbel gehen. Bis wir die Goldkunden haben, das dauert ein bisschen länger, ne? Und noch einen Prinzen oder so. Warum? Oder der Mölin? Das habe ich halt noch leider nicht. Da brauchen wir ja die Rezepte für. Das könnten wir noch machen. Da brauchen wir nur 50 Goldkunden. Wir machen erst mal die Toilmöbel. So. 200 brauchen wir da, ne? Hier kommt das neue Rezept. Okay. Ähm. Wo war das jetzt? Nee. Wo war schon. 200. Das heißt, wir müssen hier den Event... Achso, unseren Event habe ich sogar geplant gehabt. Jetzt kommt erst mal die Wahrheit, die Schlachtfeier. Ja. Jetzt kommt das Event mit 100. Dann müsste ich sowas nochmal machen, wenn das vorbei ist. Am Ende eine beliebige Forschung. Aber ja. Perfekt. Noch fünf Stück, dann haben wir das neue Rezept. Und dann können wir... Und dann können wir... Nee, das Piratentreffen machen. Mit 120. Dann müsste ich 120 und 80. Dann wäre... Die Forschung. Ach nee, der Prinz passiert ja noch. Beziehungsweise der Möhrlin. Egal, dann hätten wir die 200 schon mal vor. Für den Prinzen brauchen wir was für ein Rezept. Beziehungsweise für den Möhrlin. Oh, wow. Der war hier, ne? Der Möhrlin ist der nächste. So ein Gulasch-Ding. Eine Fischsuppe. Ein Fisch-Gulasch. Keine Ahnung. Kommt wann? Hier. 35 Pünktchen noch. Nee, 25, ne? 5, 20. Ego. Okay. Okay. Tschüss. 3, 638 Gäste pro Tag. Serviere einen ganzen Tag lang. Tag lang. Nur Desserts. Okay. Weil der Tag jetzt schon angebrochen ist. Und die bestimmt schon was sie bestellt haben. Muss ich das für den nächsten Tag machen. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Das ist Ale, ne? Wir stehen ja meist. Glaublich. Oder ist das durch das Event immer aufgekauft? Wahrscheinlich, ne? Komm mal hier. Achso. Was hatten wir eben schon? Bricht. So. 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 Das sind irgendwie nicht alle Tische mit besetzt, ne? Aber diesmal. Warum bleiben die Gäste aus? Komm mal. Oder komm mal. Oh hier. Oh hier. Da können sich noch ganz viel hinsetzen. Blum. Hm. Ich glaube, ich muss hier noch mal ein paar Screenshots machen. Unsere schönen Hotels mehr. Hm. Hm. So. Oh. Gute Nacht. War gut. Das war's für heute. so eine bergarten kunden sehr schön und wir hatten 132 ist mir was abgeschlossen mehr als 137 habe ich 22 da kommt jetzt noch das event mit 100 auch voll erreiche 638 muss ich ein bisschen deko noch um die wandel klatschen oder so und die desserts müssen wir noch machen jetzt werden wir zum stellen was ist hier das ist wichtig dass sie der stelle hochkommen so müssen du dich erst mal machen wir hier mal raus okay ich meine